Musik Applaus 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 Ein riesen Dank, ich sag's nochmal, ich hab's ja schon gestern gesagt an hier an die Lotte, an die Florian, an die Charlotte, an den Markus, dass wir heute bei euch da sein dürfen. Einen Riesen-Aplaus. Die Tochterpflügers und wir halt alle. Der Seppi kommt jetzt schon 20 Jahre. Und immer, wenn es geheißen hat, war ich ein bisschen nicht gut beieinander. Da hat Florian gesagt, der Seppi kommt halt. Nein, da bin ich nicht mehr krank gewesen. So wie gesagt, danke, danke, danke. Ich bin ein Riesen-Aplaus. Und jetzt war der Nachteil. Und natürlich haben die Gäste, weil ohne Gäste können wir auch feiern. Ein Applaus für euch alle. Prost! Prost! Applaus Oh!